grüß euch martin ist hier mal mit einer fifa folge alleine wird ja mal zeit war ich war jetzt bin immer noch ganz schön krank und angeschlagen wurde schon früher anfangen hast du nix aber ich halt ein bisschen so gespielt mit oliver der live stream dem pack opening war weniger erfolgreich besser daraus gemacht ich habe drei spiele gespielt alle gewonnen also jetzt kurz vor liga aufstieg vor dem meistertitel habe ich insgesamt genug punkte coins bekommen um mehr obermeeren zu holen ja sehr geil mehr gibt es auch nicht zu sagen nichts neues team ist das gleiche ist nicht viel zu sagen spiel ich mal ein spiel gucken ob ich ausraste passiert ja manchmal so partie spielen sind auch alle fit sie gut aus dann schauen wir mal ja eigentlich wollte ich die bilden auch schon viel früher aufnehmen ich habe es jetzt schon seit montag also einen tag früher schon bekommen aber wenn man so erkältet ist halt scheiße destiny ist aber haben wir habe ich mich durch gerungen zu machen schön nightfall 2 könnt euch auch anschauen auf dem kanal ansonsten auch noch mal den fernseher aus sonst hört ihr alles mit oh mein gott ja ja typ wartet schon zack ich will mein italienisches trikot haben er kann mit seinen schwarzen irgendwas da schau mal ja sein team ist etwas schlechter aber nicht viel also ist ganz in ordnung die sein in verteidiger hat er verbessert warum auch mal englische mannschaft ein bisschen glück sollte man das schaffen auf ich mal eigentlich wirklich klar also richtig krass vor den tor nicht weil einfach so viele dinge daneben ich konnte so oft einfach durch rennen das kein weniger ein problem aber das tor zu treffen ist ja echt verrückt so mal schauen ob ich irgendwas reiße alles klar ja schön dante heute noch gar nicht gespielt also überhaupt nicht warm gemacht wo das ist ja noch vorbei alter ist das denn komm mal hin weg das ist was denn das verstehe ich nicht manchmal ist einfach so dumm was so passiert sieht echt nicht gut aus für mich so jetzt geht es in den angriff aber ein bisschen durch sprinten so wie ich das gehört maxi arnold und ich habe gehört passen soll ganz gut sein vor faul elf meter alter ist das denn alles klar ich doch kommen sehen oh shit das war schlecht und achtung genau hingeschaut komm schon jungs ja wie gesagt also bei fifa 14 war ich liga 5 halt auch nicht so gut aber wesentlich besser als das was man hier zieht komm schnapp dir den ball sehr schön komm schon maxi und der sieht gut aus nein wie so auf den torwart meine erste gute torchance flanken habe ich auch noch nicht so raus ja hat man vielleicht gesehen da wird ihm ganz schön zugesetzt und hinten drin hackt einfach nur sehr schön alter was das denn er rennt einfach nur vorbei das gibt es ja wohl nicht schön gerettet aber einfach nicht hinterher nur weg damit ich alter treten neben den ball hat jetzt schon meinen meister titel komm schon zack unten läuft da der auch ja komm schon wow fuck ey wie war das schon ach Eckball okay da war jemand dran so gucken ob wir Dante treffen siehst Dante kommt wenigstens ran aber schwierig dieses Spiel wenn man dann schon mal so eine standardsituation hat wie hier dann sollte man da definitiv konzentrierter abschließen nein 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 alter es gibt es aber nicht wie alle da stehen bleiben ey guck mal hin gehalten zunächst ach schöner pass zum gegner was von bullshit ey jetzt ist der meistertitel wieder ein ganzes stück sowas meine ich ey oh mein gott alter wir können den nicht mal vernünftig klären ich will ihn einfach nur wegschießen dieser pass ey pfft alter das ist ja nur aufregend ey oh schau doch hätte ja klappen können aber wie gesagt man trifft ja das Tor hier nicht beziehungsweise ich ach ja komm es ruhig noch auf ja er spielt den Ball nach draußen Kiesling ohne Kampf kein Ball komm ach man geh doch mal hinterher ey sobald sie immer den Ball verlieren bleiben sie einfach nur stehen ach der läuft vorbei alter jedes mal können sie die Flanke verwerten gehen Torwart ey das gibt's doch wohl nicht was ist das für ein bullshit jedes mal ihr könnt heulen komm oh shit blöder pass Cthulhu Cthulhu oh alter wie sie daneben treten ey das sieht immer so traurig aus boah und schon wieder kann er nicht hinterher kann ich es schon sagen ich hab auf Pass gedrückt man war auch ganz schön schwerer man war auch ganz schön schwerer und komm schon oh Pfosten man Leute komm du bist Alter das geht's doch nicht da läuft er hinten ach man komm schon den hast du ach fuck ey oh niemand ich krieg nicht mal ein Spieler wenn ich L1 drücke ja genau den wollte ich nämlich haben alter scheiße kann man nicht mehr viel zu sagen was sind das denn für Pässe alter steht direkt daneben aber er muss ihn nach ganz unten spielen oder was komm Maxi Lauf schöner Pass oh schöner Pass nein komm schon mach den Kopf mal rein ja sehr schön alter Arnold verkackt aber Kiesling kommt da nochmal ran alter vor der Hälfte sehr gut und von einem Spiel auf Augenhöhe deswegen ja er wartet hat kann hier über ich glaub da können beide Mannschaften gut leben eins zu eins der Pause ich glaube soll ich Max Xavi reinholen so 50 zur Halbzeitpause fällt hier also der Ausgleich damit ist das Spiel wieder offen und die Fans der Heimannschaft wirken wieder auf drei Punkte auf na komm Kiesling muss man kurz raus dann TK muss rein hast ein Tor geschossen war schon ziemlich gut ja komm nimm den Ball mit oh sehr schön ja sehr schön dachte ich würde zwar besser hier rumkommen aber so geht's natürlich auch und es entwickelt sich eine Möglichkeit schon weggestolpert ach ist egal ich führe wieder sag ich doch ich krieg's oh er tritt einfach nur vorbei oh komm der ist durch ja shit komm der aber ist der doch scheiße egal da oben läuft Obamayang jetzt ist er durch nein zu ah ne Benteke shit zu lange gedrückt egal war geil und noch mal und noch mal Benteke fuck ey oh komm lass sie doch nicht tunneln ist schön abgefangen ja sehr schön da kann man sich verlassen schöne Drehung da oben wollen sie den Ball und Benteke oh shit aber der Torhüter war mit einem unglaublichen Reflex noch da machen wir erstmal zu Obamayang ein Flitzer komm hast du noch ach schade kein Problem oben ist er genau ganz ruhig ja abseits Jungs schon mal ziemlich glücklich Führung so jetzt halt nur sehen Alter wie schnell ist er denn oh zum Glück ey ist der ja nicht angekommen Alter was denn das wieso stolpert er denn so behindert und und her nicht nach unten passen genau den hat er nicht bekommen Alter wieso kriegt er den Ball Alter er tippelt da hinterher voll vielleicht doch was war das denn er hat einfach direkt dorthin gespielt schon wieder wenn er jetzt ein Tor macht ey wieso spürt er denn direkt dorthin und schon wieder Eckball abgefälschter Ball und im Haus und hier kommt die Ballbesitzstatistik und die besagt hat wirklich einen Vorteil da wird der Ball abgefälscht und geht jetzt aus schön Zeit boah wieso komisch die da immer gegenspringen war so sieht das der Trainer gern da ist ein Spieler wie würde ich schon sagen ey aggressiver Typ Kondog Bia oh Draxler ist verletzt komm Alter wieso geht der da noch nicht hinterher wieso kriege ich eigentlich diesen Bullshit spiel auch nicht Dante komm geh hin Alter hier guck mal Draxler ist nicht mehr verletzt jetzt wieder gut im entscheidenden Moment dazwischen und Achtung der könnte passen fick dich fick dich man boah ey boah ey nicht vorbei aber glänzend verwirrt Alter wieso greift die ja nicht an Alter er kann da rumdribbeln war dann passt die wieder so ne scheiße einfach zurück fick dich ey wenn es noch ein Tor wird Alter hol dir den verfickten Ball dann kommt schon Özil und das sieht nach einer guten Torchance aus yes so sieht es nämlich aus ey schöner Sprint von Özil durch so macht man das bisschen glücklich voll den Torwart angeschossen aber reingehüpft soll mir recht sein komm du kannst auch hinterher kommen ey fick dich ey wieso kriegt der denn jeden Kopfball hin so leicht darf man es dem Gegner nicht machen jetzt wird es brickelt boah Alter die laufen alle vorbei das könnte jetzt auch wirklich die Schlüsselphase für die Heimmannschaft absolut das könnte den Ausgang des Spiels entscheiden und die Frage ist behalten sie die Nerven kommen sie nochmal und yes alter geiler Lupfer noch von Xavi ey so muss das nämlich aussehen sieht man ihn laufen und macht ihn direkt zack zack weil der Torwart nix machen und gegen den Pfosten ich dachte schon da geht das aus das ist das ist alter ich habe mich einfach mal durchlaufen kann ich muss zugeben alles ziemlich glücklich Pfosten und vom Torwart abgeprallt aber schade nicht getroffen tja wenn das Glück mit einem ist dann ist es so komm weg damit dann komm machen wir noch eins ah shit egal noch eine Ecke huu ah shit direkt zum Torwart komm Obama ach man sehr schön das Spiel habe ich gewonnen das heißt Liga 9 wartet auf mich ja ok Liga ziehen ist halt was für die schwächeren Leute aber ich bin trotzdem froh dass ich es geschafft habe ich habe halt erst im Gelogen fünf Spiele oder so gespielt wieder auf 15 muss mich echt erst noch dran gewöhnen jo dann war es das zack schokoladen seite 2725 coins mal gucken bisschen sparen bis ich mir die nächsten holen kann Lewandowski eher nicht aber Titel gewonnen bedanke ich mich fürs zuschauen solltet ihr das denn gemacht haben und dann sehen wir uns das nächste mal ich würde mal sagen wenn ich Liga 9 die Titel mache ciao